hallo zusammen das immer wieder in der light of p hier im hotel grad ich habe jetzt ich bin das sommer mit pb aufstieg und habe mit bell geredet und bell meint ob ich mit ihren partner suchen könnte das wäre leonardo di cabrio da habe ich da die will mich doch verarschen oder nicht ich soll den am hauptbahnhof von kath suche hauptbahnhof von grad wo ist der wir sind jetzt beim letzten mal haben wir noch dieses sumpf der sumpfmonster erlegt ich kann mit jemanden reden hier und wenn du mal das ende werden das andere und das habe ich ganz vergessen am hauptbahnhof von grad das war doch moment einmal besucht konnte ich jetzt nicht hierher gehen warum nicht ist das was andere gibt es noch ein hauptbahnhof und dann nicht dass ich wüsste wo die jetzt wirklich sagt hauptbahnhof oder was heute liegt da ja und das ist wirklich leonardo di cabrio das weiß noch nicht mehr ok was haben wir mit antonia reden wer ist denn da auch ein typ gewesen warte mal dann haben wir doch irgendwo antonia weiß ich gehen wir mal kurz hier den ist der schäfermuffi ja da habe ich mich auch noch nicht entschieden hier komm hier child this is my first chance it's a shame my illness kept me from seeing so cha and some gentle oh oh be young again you are responsible for this miracle you have no idea how much it means to me i have to stay seated as i feel a little lightheaded but i feel the vigor i thought i'd lost for ever thank you if crowd ever holds a proper ball again i hope you'll ask me for a dance green john you cool a 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 bischen menschlichkeit wieder kriegt und da geht noch mal okay prima der pb ist vielseitig konnte sogar klavierspieler okay jetzt suchen wir noch den anderen schnellen vektor kommt schon die lauen aber du noch was wenn ich nie so aufrüsten kann ich nicht ich brauche einen halbmond stein und ich habe einen kugel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dies ist das Material, von dem Benici sagte, er brauche es, um einen Weg zur Insel der Alchemisten zu finden Ah, da geht es also um ein U-Boot, okay, dann lassen wir das mal weg Momentan habe ich noch kein U-Boot gesehen So, was soll man nochmal mit Antonia reden? Okay, machen wir Oh The Hotel worked hand in hand with the Alchemists But I didn't know they'd be so corrupt Everything changed when Simon became their leader Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different But they're just as corrupt The passageways to the underground base are locked from their side We can't get through unless they open them And the underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemists If we find the right Alchemists, perhaps we can get that door opened I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake Ja, das mit dem Erdbeben, das haben wir ja mitgekriegt, ne Ne, da waren wir ja gerade auf der Brücke, wie Gemini losgelegt hat Ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt noch untergebracht habe In einem vorher angegangenen Video Jetzt fehlt uns, warte mal, wir mal gerade gucken Ähm Wir haben schon mal mit jedem geredet Ah, war das War das Winnici, wo da unten abgebildet war Ah, okay, dann habe ich das irgendwie durcheinander gebracht Also gibt es hier irgendwo einen Eugang? Ah, gut, du willst ja jetzt nicht irgendwo was suchen, ne Nö Gut, dann reisen wir zurück Haben wir alles ausgegeben? Ja So weit, okay Warte mal, kann ich jetzt zu dem Ne, ich kann da nicht hier teleportieren Okay Gibt es noch einen Hauptbahnhof, oder was? So, Kala-Sumpf-Nest Ja Gehen wir mal hin jetzt, da waren wir ja dann Da waren wir ja fertig Enges Gebiet Ja, ich glaube aber, wir müssen noch mal zurück Ne, warte mal, müssen wir zu dem zurück? Ne, eigentlich nicht Ne, komm Zum Hugo Hugo habe ich gemäht Wir schleichen uns da durch jetzt Das sieht aber auch wieder aus, Herr Mein Gott, ne Räumt da keiner auf Achtung, wenn da wieder so eine Kugel kommt, oder was? Aha Aha Langsam Wie wieder liegt was Oh, ein Säurekanister Prima, ja Da will ich auch noch was Und der erste Robi So, jetzt können wir da Vier Schläge durchbringen Ach, ach, du musst ihn markieren Achso, ja, das stimmt ja Oh, ein Halbmunschlein Oh, den brauche ich Aber die Waffe Hier Hier hat nur ein Nachteil Die versperrte bisschen Sichtfeld, ne Man muss immer so bisschen schräg stehen Ja Ich glaube, ein Halbmunschlein brauche ich Um so auf acht zu bringen Dann brauche ich vier und dann sechs Ich freue mich, das mache ich jetzt schnell Genau Und dann steigen wir da wieder ein Okay, okay Und schwupps, sind wir wieder da Jawohl Waffe konnte ich aufreißen Jetzt brauche ich vier und dann glaube ich sechs Dann kann man es bis auf neun Warte mal, halt, machen wir langsam, baby Was ist denn da los? Oh, da So, der Röckchen kommt wieder Okay, warte mal, was machen wir denn bei dem am besten? Und der Ding neu gebaue, ne Oh, da guckst du, ne Oh, da guckst du, ne Aha Da ist die Leiter, da ist Aurora Könnte aber verschlossen zu sein Jetzt misst man, hoffe, dass man hier noch ein paar Halbmunschleine findet Oder ah, so ähnlich was Aha So geht's weiter Prima Oha Da kommt schon wieder einer Oh 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 Oh, 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 oh Das ist ein Aufzug Guck mal Das ist kein Aufzug Ne, was ist denn das dann? Lagerplatz Ja Ist auch so ein langer Platz Ja Zack So Okay Okay, wo sind wir dann? Oh, was ist denn jetzt? Erdbebe wieder Earthquake Oha, oha Mir schwann fürchterlich das, Freunde Gift Verderbnis Oh, Verfall Oh, Verfall Was haben wir? Was gegen Verfall? Was ist denn das? Verfall und Verderbnis Okay Da haben wir noch ein paar Nämlich Sägeblatt Naja Also die Frage, ob wir es bis da vorne hier schaffen Ich glaube, alt ist nicht mehr mal noch so ein Gegenmittel Und dann das nochmal neu Los geht Ach, da ist nochmal ein Bahnhof Hauptbahnhof von Grat Ach, du Scheiße, ja Da hat die Entwickler hingedacht Die meisten reisen dann zurück Oh Ja, da ist zu weit weg Ach so, eine Scheiße Ja Okay Da hättest du ja sparen Keine Ja, da hätt Wann soll man jetzt suchen? Leonardo Blutiger Brief Zugfahrkarte nach Saint-Marine Wegen der Blutpflecken Ist der Text schwer zu lesen Ja, das reicht doch Oh je, Freunde Ich Sehne mich nach dem Star-Gaser Könnte übel wäre A und B Bahnsteig A Kommt man da nirgendwo noch schnell hin? Nur da neu? Das ist ne Falle Bibi, das ist ne Falle Wie spät ist denn? Keine Ahnung Das ist ne Falle Bibi, pass auf Das ist noch so ein Biest Was hat er gesagt? Mal gar nicht zu Wort kommen Loser Ja Da sind wir ja Alther Hauptbahnhof Central Station Central Station Wer war denn das jetzt? Sophia Wurde gewillt Ich merke gar nichts Okay, wenn wir schon durch sind Können wir ja ein paar Sachen Zwei Autos und Star-Gaser Zwei Fliegen Mit einer Klappe Oder so, ne? Okay Brauchen wir noch was? Nö, ne? Oh, alles do Das ist schon wieder so Bestie So ein Long Halt ist das Ah, do Haha Hey Nicht raus, Gruppe Oh Zug noch, hä? Die werden immer stärker Du brauchst nicht rütteln Das Das ist zu Hier So, warte mal einen Moment Ist das noch so einer? Oh, gleich zwei Oh, 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 oh Verfallen Da haben wir Glück gehabt, hä? Dass wir ein bisschen größer Was hab ich? Oh, da unten Ui, 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 ne Freunde, wir leben nicht, bevor das, haben wir irgendwo ein Gefäß, wo wir runterstuben können, dann könnte man das umgehen, ich gehe doch nicht nur nach, das weiß ich. Ähm, was wollte ich denn machen jetzt, die Waffe ein bisschen schleifen vielleicht. So, ne, das war aber nix, hast du gehört, Bibi, oh scheiße, ich habe den falschen Steh drin, ne, hab ich da, naja, ist ja egal, die können wir ja wieder kaufen, ja, so viel gibt es doch nicht mehr. Wo müssen wir hin, ich weiß es doch nicht, ich, da nun gehe ich nicht, nein, das ist mir wurscht. Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn es noch keine Möglichkeit ist, geht kein Risiko rein. Da ist eine Truhe, ja und, das ist doch mehr scheiße Gras, als da jetzt. Guck mal da. Weg ist er, Freunde. Dann kommst du aber nicht mehr, wenn du jetzt und dann, 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 dann haben wir Pest gehabt. Das muss ja eine Möglichkeit geben, das gibt es ja nicht. Das sind gleich Zweifel und dann eine Lulise. Ei, 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 gell? Und noch ein Ei. Jetzt sieht es fast so aus. Oh, da ist noch einer. Oh, da fehlt was, deswegen ist er stärker. Oh je. Warte mal, Moment, wo ist der? Der ist doch rausgekommen. Okay, pass auf. Guck, ich schaue mal nicht, dass du was übersehen hast, Bibi. Das sieht nicht so aus. So auch noch mal die Tür, ne, ne? Ne, die ist zu. Okay, da müssen wir wahrscheinlich so neu. Ah, so finster da drinnen. So finster die Nacht. So finster das Abteil. Und hinter der Kiste lauern sie alles da. Okay. Die haben sich bis zum Hauptbahnhof durchgearbeitet, die Typen da. Wow, oh Gott, was ist denn das jetzt? Ne, 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 Freunde. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Oh Gott, wo war denn der gestorben? Hä, was war... Ach du Scheiße. Was ist denn das für Dreckvieh? Raus hier. Ach du Scheiße. Warte mal. Weg, drauf. Meine Fresse. Der Miethammer. Machen wir jetzt. Wir pumpen die weg. Du Scheiße, die kleinen Mistfischer. Manchmal habe ich den Eindruck. Da war der bestimmte Nebel gestorben. Ne, dass die Waffen mit jedem Gebiet schwächer werden. Beziehungsweise die Gegner stärker. Oder so, ne. Mach auf. Was ist denn jetzt kaputt? Ah, da. Ui. Wo ist denn der auch noch? Leonardo. Oh, da ist der auch schon eine Scheiße. Ach, das sind diese... Okay, die könnte man kaputt schießen. Und dann? Ja, und dann? Und verschwindet. Ach du Scheiße. Er leckt mich ab. Ne, also Freunde. Ich habe keinen Bock mehr. Spezialreinigungsampoule. Oh, fuck you. Kannst die Dinger aussetzen, weil du nicht schießen kannst. Weil das zu weit weg ist. Leuchtendes Ergo-Fragment. Ah. Brauche ich nicht unbedingt. Schleif der. Au. Was mache ich dann? Schleif der. Wird schnell stumpf, die Waffe. Was hat denn die Verhaltbarkeit? Gewicht hat zu viel. Nutzendheit A. 180. Ja, ist nicht ganz schlecht, aber es gibt besser. Wettend ist. Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall wollte er sich gerade was auch tun. Verwandle. Also ich konnte nicht markieren, ja? Ah. Das geht wieder hoch. Das Wetter überart. So Ding, toll. So Rappel, wo man... Ach, da ist die Tür. Ach, macht keine Sache. Oh je, Freunde. Da muss ich aufpassen. Ach, komm. Guck doch an, die Dicke, Mensch. Mach auf. Geht nicht. Warum nicht? Du Scheiße. Sind das zwar dreckig viel. Ich weiß, dass es leer ist. Noch neu mit. Voll neu. Trotz voll neu. Den Scheiße. Zeitverzöger tun die noch. noch eine neue voll neu. Was? Achtung, Achtung. Deswegen haben die auch so einen enger Gong gewählt. Du konntest doch nicht ausweisen. Ja, das... Bestimmt. So kommst du nicht her. Rottel-Gesicht. So. Ich wünsche, die verstehen keine Sprache mehr. Oh, Steinfragment. Warum, ne? Verstehen nur diese hohe Gewalt. Oha, 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 oha. Das könnte größeres Gebiet wäre hier eine Größe. Der Pornomus riesengroße. Ja. Ah, schon wieder so ein scheiß Richtiges Ding. Ach, ordentlich Damage, ja? Die wollten dich greifen. Oh, ach, du ist jetzt... Oh, verfalle. Weiter raus hier. Ja, komm. Können da drin sein. Seh mal nix. Haben wir irgendwas? Wir haben gar nichts mehr, ne? Ja, das möchte ich nicht unbedingt... Oh, da. Oh, der ist ein bisschen größer. Ach, du Scheiße, ein Skorpion. Müsste es tauschen. Ich müsste... Warte mal. Was mache ich, ne? Am besten das Rohr. Oder? Da haben wir das raus. Und das Rohr neu. Gerade gucken, was ist. So, vielleicht... Vielleicht liegt... Hallo? Wieso geht denn das so nicht? Komm, Scheiße. So. Scheiße, Freunde. Verfalle. Geh raus hier. Scheiße, Dreck. Wo ist denn das andere Ding? Das irgendwo versteckt soll. Au. Aus. Komm. Das Blöde ist, dass das nie lang bleibt. Ja. Oh, je. Böse Tür. Pass auf. Ja. Klasse. Das ist Victor. Was war ein Victor? Obacht. Weg hier. Feind in Nähe. In der Nähe. Machen wir später. Wir gucken noch mal, wo es da vorne hingeht. Da sind wir da richtig. Das ist der Rückweg. Guck, gell. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich sehe doch... Ach doch, da ist ja einer. So ein Rutzpolze. Da ist die Truhe da. Eben. Was haben wir hier, Schöne? Oh, nun, Freunde. Aha, da geht's auch weiter. Oh, da sind wir da herkommen. Da sind wir da herkommen, ne? Oder? Ich gehe da nochmal runter jetzt. Ich glaube, dass wir mal herkommen. A, B. Bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher. Aber es sieht fast so aus. Wenn wir von da her gelaufen sind. Bin verwirrt jetzt. Ne, da sind wir herkommen, oder? Ne, da sind wir hochgelaufen. Da ist uns ein Stargater. Also sind wir von da hinher herkommen. Irgendwie. Ja, genau. Bleibt uns nur den bitteren, sauren Apfel zu beißen. Und versuche Ich will ja eigentlich nur die Truhe. Alles auch noch ist mal eingeschwischt. Da liegt ja auch noch was. Was liegt denn da jetzt wieder? Warte, du gedulde mal ins Moment, bis der da hinlatscht. Dann nehmen wir mal so Pränkchen und machen die Truhe auf den Fettel. Vorher Tränkchen nicht mehr. Ja, das war das war eine clevere Idee von dir. Verfallen. Raus hier. Das war jetzt clever. Mensch, war das clever. Trinkt noch was, komm. Okay, das reicht uns nicht, Freunde. Okay, ich schreib's nur noch einmal. Ich geb die Rune aus und mach einen Cut und dann steigen wir das nächste Mal wieder. Okay? Okay. Macht's gut, bis dann. Naat. Okay.